Und go. Ich bin hier gemmarsch, man bleibt schön ernst. So, es gibt natürlich auch das Wort unentschieden. Wenn ihr nicht mehr könnt, einfach unentschieden sagen. Das ist ja jetzt mal ganz schön. So, es ist ja da. So, es ist ja dann. Also, ich bin dran. So, ich bin dran. So, da ist es... Tschüss.